Heutzutage sind sie dicke Freunde, doch auf dem Zenit ihrer Karriere als Actionheld in den 80ern und 90er Jahren waren Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone erbitterte Rivalen. Für beide war alles ein Wettbewerb, wer den besten Körper hat, wer die besten Drehbücher bekommt, wer mit den dicksten Knaren ballert und wer mehr Leute im Film in die ewigen Jagdgründe befördert. 1991 gelang es Arnie dann, seinem Konkurrenten ein dickes Kuckuckseinsnest zu legen. Genauer gesagt war er dafür verantwortlich, dass Stallone überhaupt erst in der von Kritikern wie Zuschauern zerrissenen Actionkomödie Stopp oder Meine Mutter schießt mit Golden Girl Estelle Getty mitgewirkt hatte. In einer Vorschau auf die Doku Arnold & Sleigh Rivals Friends Icons auf TMZ verrät der Terminator, dass er seinen Schauspieler Agenten als Köder benutzt hatte. Heute lachen beide Freunde darüber. Sleys Antwort auf Schwarzeneggers Anekdote ist ein Grinsen und die Bemerkung, kann man noch mehr Machiavelli sein als du, unglaublich. Worauf er von der steirischen Eiche geherzt wird, er ist ein wundervoller Mensch und wir sind heute unzertrennlich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.